Ich lese unglaublich gerne Bücher und das, weil ich mit jedem Buch in eine andere Welt reisen kann. Und diese Welten möchte ich auch unseren Kunden eröffnen. Herzlich Willkommen in unserem kleinen, schmucken Buchparadies hier in Zug. Wir freuen uns, Sie hier bei uns begrüssen zu dürfen. Zug, endlich sind wir da und haben unsere neue Buchhandlung eröffnet. Kommen doch auch Sie vorbei zu uns, schnäuten. In Zug darf ich die Kinder- und Jugendbuchabteilung betreuen. Mir macht das besondere Spass, weil ich so auch unsere kleinsten Kunden für unsere neuen Bücherwelten begeistern kann. Egal ob Mangas oder Jugendfantasy-Bücher, bei uns finden auch alle Jugendlichen das passende Buch für sich. Meine persönliche Leidenschaft gilt dem Kochen. Und ich freue mich deswegen sehr, meine Lieblingskochbücher meinen Kunden hier präsentieren zu können. Unser Sortiment ist ausgelegt auf die Familie. Daher bieten wir ein großes Sortiment im Kinderbuchbereich an, ergänzt mit Spielen und kleinen Geschenken. Sowie richten wir uns an das internationale Publikum in Zug und haben eine grosse englischsprachige Buchabteilung bei uns im Hause. Auf Wiedersehen in Zug! Bis ganz bald hier bei uns in Zug!